Er verließ seinen Bau und betrat die Hochnase. Blatzi folgte ihm, blieb an seiner Seite stehen und blickte hinab auf die Lichtung. Der Clan hatte sich unten bereits versammelt. Mondhoch stand unmittelbar bevor. Mit glänzenden Augen blickten sie im fahlen Mondlicht zu Feuerstern hinauf. »Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem ich den neuen zweiten Anführer des Donnerclans ernennen werde«, verkündete Feuerstern. »Ich sage diese Worte vor dem Angesicht des Sternenclans, damit die Geister unserer Ahnen gemeinsam mit Graustreifs Geist, wo immer er auch ist, mich hören und meiner Wahl ihre Zustimmung geben mögen.« Er hielt inne und fuhr dann mit kräftiger Stimme fort. »Brombeerkralle wird der neue zweite Anführer des Donnerclans sein.« Unter den Katzen wurden überraschte Ausrufe laut. »Was? Dieser herrische Fellball?« rief Spinnenbein und trat dann peinlich berührt von einer Pfote auf die andere, weil er seinen Gedanken laut ausgesprochen hatte. Blatzi sah Verwunderung auf den Gesichtern aller Katzen. Allerdings schien niemand überraschter als Brombeerkralle selbst. Seine Bernsteinaugen weiteten sich vor Schreck. »Ich habe aber doch noch gar keinen Schüler gehabt«, platzte er heraus. »Das verstößt gegen das Gesetz der Krieger.« meldete sich Borkenpelz mit scharfer Stimme zu Wort. »Feuerstern! Glaubst du eigentlich, du kannst alles einfach so regeln, wie es dir gefällt?« Mausefels seniger Körper war stocksteif vor Zorn. »Ruhe!« Feuerstern schlug mit dem Schwanz. »Brombeerkralle hat mehr Erfahrung als die meisten Katzen hier im Wald. Was den fehlenden Schüler angeht, so will ich das bald nachholen. Minkas Junge sind fast so weit und brauchen demnächst Mentoren. Und wenn dieser Tag gekommen ist, soll Brombeerkralle Mentor von Bärenjunges werden. Aber das sind noch nicht alle Gründe, warum meine Wahl auf Brombeerkralle gefallen ist«, fuhr Feuerstern fort. »Blatze! Würdest du dem Clan bitte von deinem Traum berichten?« Blatze trat bis zum Rand der Hochnase vor und beschrieb das Zeichen, das ihr der Sternenclan geschickt hatte. Als sie geendet hatte, sah sie, dass Borkenpelz den Kopf neigte. »Dem Sternenclan kann ich mich nicht widersetzen«, miaute er. »Ich schon!« Zu Blatzees Überraschung war der Einwand von Aschenpelz gekommen. Statt sich an seinen Anführer zu wenden, drehte er sich zum Clan um. »Wundert sich denn keine Katze, dass Eichhörnschweif Brombeerkralles Gefährtin ist und unsere Heilerkatze ihre Schwester?« »Wie praktisch, dass sie gerade jetzt ein Zeichen wegen Brombeerkralle geschickt bekommt! Findet ihr nicht auch?« Blatzees Nackenhaare sträubten sich. Wie konnte Aschenpelz wagen zu behaupten, sie würde sich ein Zeichen ausdenken, um dem Gefährten ihrer Schwester zur Position des zweiten Anführers zu verhelfen? Auch wenn es bitter war, Eichhörnschweif an Brombeerkralle zu verlieren, musste er doch wissen, dass eine Heilerkatze niemals lügen würde. »Aschenpelz, du!« hob sie an. Ihre Worte gingen in Eichhörnschweif's wütendem Jaulen unter. »Wag es mir, das ins Gesicht zu sagen, du Haufen Fuchstung!« Die rote Kriegerin wollte sich auf Aschenpelz stürzen, aber Brombeerkralle stieß sie zur Seite und schlang ihr den Schwanz um den Hals. »Gibt es noch weitere Katzen, die Aschenpelz' Meinung teilen?« erkundigte sich Feuerstern ungerührt. Blatzee sah, wie Spinnenbeins Blick verzagt von einer Seite zur anderen huschte. »Keiner von uns denkt so wie er!« rief Farnpelz. »Blatzee ist eine ehrenwerte Katze! Wenn Brombeerkralle vom Sternklan erwählt worden ist, dann reicht uns das. Ich bin sicher, dass er ein großartiger zweiter Anführer sein wird.« Brombeerkralle ließ Eichhörnschweif los und trat zur Seite. Er neigte den Kopf vor Farnpelz und dann noch ein Stück tiefer vor Feuerstern. »Ich danke euch!« miaute er. »Ich weiß, dass ich Graustreif niemals ersetzen kann, aber ich werde mein Bestes geben, um dem Donnerklan ein guter zweiter Anführer zu sein.« Blatzees Anspannung löste sich, als die Clan-Gefährten Brombeerkralle umringten und ihm gratulierten, ihm um den Pelz strichen und seinen Namen riefen. Aschenpelz war die einzige Katze, die sich zurückhielt. Ganz allein stolzierte er davon und verschwand im Bau der Krieger. Während sich die Katzen allmählich von der Lichtung entfernten, glaubte Blatzee noch eine Katze zu sehen, die Brombeerkralle um den Pelz strich. Einen muskulösen Kater, in den Schultern breiter als er, aber mit dem gleichen dunklen Tigerpelz. Die Gestalt war gleich wieder verschwunden, aber vorher hatte Blatzee die scharfen gebogenen Krallen und den Triumph in den Bernsteinaugen leuchten sehen. Brombeerkralle rannte durch den Wald der Finsternis. Ihm war, als würde jedes seiner Gliedmaßen, jedes Haar in seinem Pelz vor Energie gleich zerspringen. Er konnte es nicht abwarten, seinem Vater und Habichtfors die Neuigkeit zu überbringen. »Zweiter Anführer!« Als Feuerstern ihn ernannt hatte, glaubte er, seinen Ohren nicht zu trauen. Er war nicht nur von Feuerstern, sondern vom Sternenclan erwählt worden. Das war seine Chance, allen im Donnerclan zu zeigen, was in ihm steckte. Er schoss auf die Lichtung, wo Tigerstern auf seinem Felsen wartete und Habichtfors am Boden zu seinen Pfoten saß. »Tigerstern!«, keuchte er. »Großartige Neuigkeiten!« Tigerstern fixierte ihn mit seinen Bernsteinaugen, die vor Stolz und Genugtuung überquollen. Und Brombeerkralle wurde sofort klar, dass er bereits alles wusste. »Zweiter Anführer des Donnerclans!«, miaute er. »Das hast du gut gemacht!« »Zweiter Anführer!«, rief Habichtfrost. Brombeerkralle sah den Neid in den eisblauen Augen blitzen. »Ohne einen Schüler?« »Der Sternenclan hat mich erwählt!«, erklärte Brombeerkralle. »Die Kriegerahnen haben Platze ein Zeichen geschickt.« Tigerstern wies ihn mit scharfer Stimme zurecht. »Keine Katze spricht an diesem Ort vom Sternenclan! Du hast dir deine Position aus eigener Kraft erkämpft, und alles, was du von mir gelernt hast, hat dir dabei geholfen.« Er sah ihn so finster an, dass sich Brombeerkralle zusammenreißen musste, um nicht zurückzuweichen. Dann wandte Tigerstern sich an Habichtfrost. »Was dich betrifft. Deine Zeit wird auch noch kommen.« Habichtfrost zog die Lippen zurück und zeigte seine scharfen Zähne. »Das bezweifle ich!« »Manchmal kommt es mir so vor, als wollten Leopardenstern und Nebelfuß noch ewig leben.« Tigerstern peitschte mit dem Schwanz. »Keiner meiner Söhne wird sich geschlagen geben.« »Leopardenstern ist die Älteste unter den Anführern.« »Und wen außer dir sollte Nebelfuß dann zum zweiten Anführer ernennen, wenn Leopardenstern zum Sternenclang gegangen ist?« Habichtfrost nickte. »Glückwunsch!« miaute er seinem Halbbruder zu. »Danke«, antwortete Brombeerkralle. »Ich bin sicher, dass du auch bald dran bist.« »Genug davon!« miaute Tigerstern mit einem Schwanz schnippen. »Es gibt nur einiges für uns zu planen. Ihr beiden seid dafür bestimmt, den ganzen Wald zu regieren. Und dann wird jede Katze tun, was ihr sagt.« Habichtfrost bekam leuchtende Augen, aber Brombeerkralle wich einen Schritt zurück. Wovon redete Tigerstern da? »Wie meinst du das?« fragte er. »Wie soll...« Fauchend schnitt Tigerstern ihm das Wort ab. »Wenn ihr erst beide Anführer seid, wird Habichtfrost den Schattenclan zusammen mit dem Flussclan übernehmen. Sie werden ihn willkommen heißen, weil ich einmal ihr Anführer war und er mein Sohn ist. Und du, Brombeerkralle, wirst den Windclan und den Donnerclan anführen.« »Aber Kurzstern ist doch Anführer des Windclans«, protestierte Brombeerkralle. »Außerdem sind sie dem Donnerclan seit vielen Blattwechseln wohlgesonnen.« Tigersterns Schwanzspitze zuckte. »Gerade deshalb wird es ganz einfach sein, ihren Clans übernehmen. Diese schwächlichen Narren im Windclan sind so daran gewöhnt, sich vom Donnerclan befehlen zu lassen, dass sie den Unterschied kaum merken werden.« Brombeerkralle sah erschreckt zu seinem Vater auf. »Es hat aber doch immer vier Clans im Wald gegeben«, warf er ein. »Damals im alten Wald war das so. Aber jetzt ist alles anders. Und so ist es vielleicht auch Zeit für diese Änderung. »Es wird sich ändern, wenn ihr stark genug seid.« Einige Herzschläge lang ließ sich Brombeerkralle von den Zukunftsvisionen seines Vaters mitreißen. Er hatte das Zeug zu einem guten Anführer, das wusste er. Der Sternenclan hatte ihn zum zweiten Anführer erwählt, was vielleicht nur der erste winzige Pfotenschritt war, auf seinem Weg in eine glorreiche Zukunft. »Natürlich sind wir stark genug«, miaute Habichtfost. »Auf der nächsten großen Versammlung sollten wir uns darauf konzentrieren, Freundschaften mit unseren zukünftigen Clangefährten zu schließen, damit sie auf unserer Seite sind, wenn wir sie später übernehmen.« »Überhaupt wäre eine große Versammlung die Gelegenheit, die Macht zu übernehmen«, fuhr Habichtfost mit leuchtenden Augen fort. »Bombeerkralle, wenn wir beide erst mal Anführer unserer Clans geworden sind, brauchen wir nur zur großen Versammlung unsere stärksten Katzen mitzunehmen.« »Katzen, die ohne zu fragen eure Befehle ausführen«, warf Tigerstern nickend ein. »Genau. Und dann töten wir die anderen beiden Anführer und übernehmen ihre Clans, solange alle auf der Insel festsitzen.« »Was?« »Bombeerkralles Nackenhaare sträubten sich.« »Auf einer großen Versammlung?« »Ha! Das macht die Sache doch so einfach«, erklärte Habichtfost. »Keine Katze ist dort auf Schwierigkeiten vorbereitet.« »Und zwei kräftige Krieger reichen völlig aus, um die Baumenbrücke zu bewachen«, fügte Tigerstern hinzu. »Keine Katze kann entkommen.« »Bombeerkralle trat noch einen Schritt zurück.« »Wie könnt ihr nur ein Mordkomplott auf einer großen Versammlung in Erwägung ziehen?« »Der Sternenclan wird uns nie vergeben, wenn wir ihre Waffenruhe brechen.« »Alles ist machbar.« Tigersterns Stimme grollte tief in seiner Brust. Seine Bernsteinaugen fixierten Brombeerkralle mit einem unheilvollen Blick. »Aus dir wird nie ein mächtiger Anführer, wenn du vor dem Sternenclan kuscht. Oder dich davor fürchtest, dir die Pfoten blutig zu machen.« »Ich hab keine Angst«, konterte Brombeerkralle, »trotzdem werde ich auf der großen Versammlung nicht töten.« Habichtfrost trottete zu Brombeerkralle und legte ihm den Schwanz um die Schultern. »Leg dein Fell wieder an«, miaute er, »es war bloß eine Idee. Wenn sie dir nicht gefällt, gibt's auch andere Wege.« »Das kann ich nur hoffen.« Brombeerkralle hätte das Thema am liebsten beendet, traute sich aber nicht, es offen zu sagen oder auch nur zu denken, solange ihn Tigerstern mit seinem unheimlichen Blick fixierte. »Wir sollten über diese Angelegenheit in Ruhe reden.« Brombeerkralle zuckte zusammen, als sein Halbbruder offen aussprach, was er gerade gedacht hatte. »Warum treffen wir uns nicht in der Wachenwelt?« »Das kann eigentlich nicht schaden«, beschloss Brombeerkralle. »Einverstanden«, miaute er. »Was schlägst du vor?« »In deinem Territorium«, antwortete Habichtfrost. »Ich komme wahrscheinlich leichter weg als du, nachdem du jetzt zweiter Anführer bist«, Brombeerkralle nickte. »Gleich hinter der Schattenklanggrenze endet der Wald direkt am See. Dort treffen wir uns.« An dieser Stelle sagte er sich, würde Habichtfrost den vereinbarten Zwei-Schwanzlängen-Abstand vom Ufer einhalten können. Keine Katze könnte ihn vorwerfen, irgendein Gesetz zu übertreten. »Gut«, willigte Habichtfrost ein. »Dort treffen wir uns in zwei Tagen. Gleich nach Sonnenaufgang.« »Ausgezeichnet«, Tigersterns Stimme polterte tief aus seiner Kehle. »Geht jetzt. Wir werden uns bald wiedersehen und über die Pläne sprechen, die ihr euch ausgedacht habt.« Brombeerkralle wandte sich ab und wollte gehen, drehte sich aber noch einmal um, als Habichtfrost seinen Namen rief. Die eisblauen Augen seines Halbbruders starrten ihn mit kalter Intensität an. »Denk daran, der Weg zur Macht ist hart und mit Entscheidungen gepflastert«, mahnte ihn Tigerstern. Er hielt Brombeerkralle mit seinem unerbittlichen Blick im Bann. Einen Herzschlag lang fühlte sich Brombeerkralle wie eine verängstigte Beute, die in der Falle saß und nicht wusste, in welche Richtung sie fliehen sollte. »Das schreckt mich nicht«, er gab sich Mühe, selbstbewusst zu wirken. »Ich werde da sein, keine Sorge.« »Hey, wach auf!« Eine Pfote trat Brombeerkralle kräftig in die Flanke. »Willst du bis zur Blattlehre weiterschlafen?« »Es wird Zeit, die Morgenpatrouillen loszuschicken.« Blinzelnd schlug Brombeerkralle die Augen auf und sah Eichhornschweif über sich stehen. »Du bist hier zweiter Anführer«, teilte sie ihm mit. »Oder hast du das etwa vergessen?« Brombeerkralle stand langsam auf und schüttelte sich Moos und Fahnen aus dem Pelz. Seit der Clan sein neues Zuhause bezogen hatte, waren die Pflichten des zweiten Anführers unter den älteren Kriegern aufgeteilt worden. Jetzt ruten sie wieder ganz allein auf seinen Schultern. »Das schaffe ich schon«, redete er sich zu. Fahles Licht breitete sich bereits im Bau der Krieger aus. Die Morgenpatrouillen würden unverzüglich aufbrechen müssen. »Gut«, miaute Brombeerkralle. »Ich werde die Morgenpatrouille anführen.« »Eichhornschweif, kommst du mit?« »Wolkenschweif, dich nehmen wir auch mit. Und Regenpelz.« Bolkenschweif riss das Maul auf und gähnte ausgiebig. »Sandsturm«, fuhr er fort, »würdest du bitte eine Jagdpatrouille einteilen?« Die hellbraune Ketze neigte zustimmend den Kopf. »Zwei wären besser, findest du nicht«, schlug sie vor. »Welche Katze möchtest du gern an der Spitze der zweiten sehen?« »Äh, Borkenpelz?« Brombeerkralle hätte sich nicht gewundert, wenn der getigerte Kater verärgert reagiert hätte, weil er von einer jüngeren Katze herumkommandiert wurde, aber er streckte sich bloß und murmelte, »geht in Ordnung.« »Weißt du, Brombeerkralle«, miaute Sandsturm mit einer Spur von Belustigung in der Stimme, »du musst dir keine Sorgen machen, wenn du uns Befehle erteilst. Du bist der zweite Anführer, und dann ist das eben so.« »Danke«, antwortete Brombeerkralle. Aus tiefster Überzeugung fügte er hinzu, »solange ich genug Atem habe, um für meinen Clan zu kämpfen, werde ich meinem Clan loyal zur Seite stehen.« Insgeheim wiederholte er die letzten Worte für sich, während er seine Patrouille durch den Dornentunnel führte und die Böschung hinauf zur Schattenklanggrenze. Genauso war es. Nichts lag ihm mehr am Herzen als das Wohlergehen des Donnerclans. Er würde jeder Katze im Wald zeigen, was für ein guter zweiter Anführer er sein konnte. Die Morgenpatrouille kehrte gerade ins Lager zurück, als die ersten Jagdpatrouillen mit Beute eintrafen. Brombeerkralle beauftragte Birkenpfote und Weißpfote, die Ältesten zu versorgen, dann Feuerstern und Blattsee. Anschließend rief er die übrigen Katzen zu sich und machte sich daran, Patrouillen für den folgenden Tag einzuteilen. Er wollte sich kein zweites Mal so blamieren wie an diesem Morgen. Außerdem war er dann frei für sein Treffen mit Habichtfrost. Brombeerkralle sagte gerade etwas, da kam Bärenjunges aus der Kinderstube gesaust und blieb direkt vor ihm stehen. »Ich will auch auf Patrouille gehen«, verkündete er. »Darf ich?« »Nein«, antwortete Brombeerkralle bestimmt, »erst wenn du Schüler geworden bist.« »Aber dann nimmst du mich mit, ganz bestimmt?« »Ja, natürlich«, während Junges Augen strahlten. »Ich werde Schüler des zweiten Anführers«, rief er sämtlichen Katzen in Hörweite zu. Brombeerkralle stieß ihn ein wenig mit der Pfote an, dann fuhr er fort, die Pflichten zu verteilen. »Hey, Superkommandopfote«, mit einem amüsierten Schnurren in der Stimme zog ihm Eichhornschweif die Schwanzspitze übers Ohr. »Du hast Rauchfell bereits für eine Jagdpatrouille eingeteilt. Da kann sie nicht gleichzeitig bei der Morgenpatrouille mitmachen.« »Entschuldigung«, verwirrt wandte sich Brombeerkralle an Rauchfell. »Du gehst mit Borkenpilz jagen. Für die Morgenpatrouille finde ich schon eine andere Katze.« Brombeerkralle war erleichtert. Trotz ihrer spöttischen Worte leuchteten Eichhornschweif's grüne Augen warm und liebevoll. Ob sie genauso gern in seiner Nähe sein und ihn so anstrahlen würde, wenn sie wüsste, dass er sich für den nächsten Morgen mit Habichtfrost verabredet hatte? Brombeerkralle versuchte, sich einzureden, dass keine Katze sein Geheimnis je lüften könnte, und doch zitterte er trotz des warmen, blattfrischen Sonnenscheins. »Ich hab schließlich nicht vor, irgendeine Katze zu töten«, redete er sich ein. Er wollte einzig und allein den Donnerclan wieder stark machen. Seine Clangefährten hatten zu lange ohne einen zweiten Anführer auskommen müssen. Jetzt gab es wieder einen. Und Brombeerkralle wusste, dass er alles tun würde, um sich des Vertrauens würdig zu erweisen, dass der Sternenclan in ihn setzte. Als sich Blattsee zu ihrem Treffen am Mondsee aufmachte, kribbelte ihr Pelz noch immer vor Unbehagen. Brombeerkralles erster Tag als zweiter Anführer war erfolgreich verlaufen. Er hatte seine Befehle mit souveräner Autorität erteilt und sich fleißiger als jede andere Katze an den Patrouillen beteiligt. Trotzdem konnte sie ihre Vision von Tigersterns Schatten nicht vergessen, der bei Brombeerkralles Zeremonie hinter ihm gestanden hatte. Irgendwie wusste sie, dass Brombeerkralle noch mit seinem mordlösternden Vater in Verbindung stand. In der Hoffnung auf ein Zeichen vom Sternenclan, wenn sie sich am Mondsee mit ihren Kriegeranen die Zunge gab, trottete sie durch den Wald bis zu der Stelle, wo der Bach gurgelnd um die Trittsteine plätscherte. Im Zwielicht sah sie Rindengesicht und Mottenflügel dort auf sie warten. Neben sich eine kleinere Katzengestalt. Maulbeerpfote. Blatzi hatte vergessen, dass die junge graue Katze in dieser Nacht dem Sternenclan offiziell als Mottenflügels Schülerin vorgestellt werden sollte. »Hallo!« miaute sie und eite zu ihnen. »Maulbeerpfote, wie schön, dich zu sehen!« Maulbeerpfote senkte schüchtern den Kopf. »Hallo, Blatzi!«, antwortete sie. »Ich finde es großartig, dass ich mitkommen darf!« Zu Blatzis Erleichterung erwähnte die Schülerin nichts von ihrem gemeinsamen Traum wegen der Katzenminze. »Wo ist Kleinwolke?«, fragte Blatzi. »Wir sollten nicht länger warten. Der Mond wird bald aufgehen«, fügte Mottenflügel hinzu. An jedem Haar im Pelz ihrer Freundin konnte Blatzi sehen, wie angespannt sie war. Obwohl Mottenflügel nicht an den Sternenclan glaubte, würde sie ihm ihre Schülerin präsentieren. Sie musste große Angst davor haben, dass etwas schiefgehen könnte. In meinem Traum ist Federschweif zu Maulbeerpfote gekommen und hat ihr viele Träume vom Sternenclan versprochen. Beruhigte sich Blatzi. Gerade hatten die vier Katzen die Donnerclangrenze überquert, als Kleinwolke angerannt kam. Der Mond war längst aufgegangen und wanderte hoch oben über den Himmel, als die Heilerkatzen auf der Anhöhe über der Senke aus dem Gebüsch traten. Maulbeerpfote starrte wie gebannt auf die silbrige Quelle, die über die Felsen in den Mondsee plätscherte und unzählige Sterne auf seiner Wasserfläche zum Tanzen brachte. »Wie wunderschön das ist«, flüsterte sie leise. Rindengesicht übernahm die Führung auf dem Pfad, der sich zum Wasser hinabschlängelte. Unten am Teich wandte sich Mottenflügel an ihre Schülerin. »Maulbeerpfote«, miaute sie, »bist du bereit, als heiler Katze in die Geheimnisse des Sternenclans einzudringen?« An das Ritual mochte sie vielleicht nicht glauben, aber seine Worte kannte sie sehr wohl. Silbern glänzte Maulbeerpfotes graues, vor Aufregung gesträubtes Fell im Mondlicht, und ihr Schwanz ragte senkrecht in die Luft. Mit ehrfürchtigem Blick erwiderte sie feierlich, »Ja, ich bin bereit.« »Dann tritt vor.« Maulbeerpfote trottete zu ihr, bis beide Katzen am Rand des Mondsees standen. Mottenflügel hob den Blick zum Silbervlies, und Blatzee fragte sich, was sie dort wohl sah. Mit hoher und fast bebender Stimme fuhr sie mit der Zeremonie fort und schien beinahe nervöser als ihre Schülerin. »Krieger des Sternenclans, hier bringe ich euch diese Schülerin. Sie hat den Weg einer Heilerkatze erwählt. Gebt ihr Weisheit und Einsicht, auf dass sie eure Wege verstehen und in ihrem Clan in eurem Sinne wirken möge.« Blatzes Herz schmerzte vor Mitgefühl mit ihrer Freundin, der jedes einzelne ihrer Worte unendlich schwerfallen musste. Tag für Tag lebte sie mit einer Lüge. Aber hier nun die Sternengeister anzurufen, obwohl sie gar nicht an sie glaubte, während alle Heilerkatzen ihr zuhörten, musste schlimmer sein als alles andere. Mit der Schwanzspitze deutete Mottenflügel auf den See und miaute Maulbeerpfote zu. »Leg dich hier ans Ufer und trinke von dem Wasser.« Blinzelnd tat Maulbeerpfote wie ihr geheißen. Ihre Mentorin und alle übrigen Heilerkatzen suchten sich einen Platz am See und streckten sich, um ein paar Tropfen des silbrigen Wassers aufzulecken. Blatze fand sich am Rand eines Teiches wieder, in dem sich das Silbervlies spiegelte. Es war aber nicht der Mondsee. Sie befand sich auf einer Waldlichtung. Am Ufer wuchsen Farne und Blumen. Sie hob den Kopf, sah zum Himmel auf und entdeckte über sich die drei kleinen Sterne, die ihr bereits zweimal aufgefallen waren. Nun strahlten sie heller als jemals zuvor. Neben Blatze hatte sich Maulbeerpfote in tiefem Schlaf zusammengerollt und am gegenüberliegenden Ufer sah seine schöne Schildpattkatze, die mit liebevoll leuchtenden Augen zu der Schülerin herübersah. »Tüpfelblatt«, rief Blatze, »ich bin so froh, dass du da bist. Kannst du mir erklären, was diese drei Sterne bedeuten? Dass es drei tote Krieger sind, kann ich mir denken, aber ich weiß nicht, wer sie sein könnten.« Tüpfelblatt schüttelte den Kopf. »Die Sterne sind ein Zeichen, mein Liebes. Aber jetzt ist es noch zu früh für dich, ihre Bedeutung zu entdecken.« Blatze schluckte ihre Enttäuschung hinunter und miaute, »Wenigstens hast du Mottenflügels Geheimnis mit mir geteilt. Ich danke dir.« »Ich fand, dass du es jetzt wissen solltest,« antwortete Tüpfelblatt, »sie wird deine Unterstützung brauchen.« »Ich habe ihr noch nichts davon gesagt,« miaute Blatze. »Findest du, dass ich es tun sollte?« Tüpfelblatt leckte ihr liebevoll das Ohr. »Nur, wenn du es willst. Oder wenn Mottenflügel selbst davon anfängt. Du solltest sie aber darin bestätigen, dass sie eine gute Heilakkatze ist.« »Das fällt mir leicht,« miaute Blatze. Mottenflügel verabscheut die Lügen, zu denen sie von Habichtfrost gezwungen wird. Tüpfelblatt nickte und ein Schatten zog über ihre schönen Augen. »Habichtfrosts Schicksal. Liegt in den Pfoten des Sternenclans,« sagte sie leise. Sie erhob sich, und Blatze folgte ihr um den Teich herum bis zu der schlafenden Schülerin. »Der Sternenclan dankt dir,« fuhr Tüpfelblatt fort, »für die Hilfe, die du Maulbeerpfote gewährt hast. Ich weiß, dass du über deinen Teil ihrer Ausbildung nicht sprechen wirst. Du hast bereits bewiesen, dass du schweigen kannst.« »Vielen Dank, Tüpfelblatt,« miaute Blatze, zögernd fuhr sie fort, »wenn ich doch nur Rußpelz sehen könnte.« »Sie kommt nie zu mir, und dabei fehlt sie mir so sehr.« Tüpfelblatt legte Blatze tröstend die Schnauze auf den Kopf, und sie fühlte sich wieder wie ein kleines Junges, beschützt und geborgen bei ihrer Mutter in der Kinderstube. »Rußpelz ist dir viel näher, als du denkst. Komm, ich zeige es dir,« schnurrte Tüpfelblatt. Blatze folgte der anderen Katze in ihren Pfoten, schritten über die Lichtung und zwischen die Bäume. Als plötzlich die Dornenbarriere mit dem Eingang zum Donnerclan-Lager vor ihr auftauchte, merkte sie, dass sie sich wieder in dem ihr vertrauten Wald befand. »Warum hast du mich hierher geführt?«, fragte sie. Tüpfelblatt antwortete nicht, sie betrat den Dornentunnel und lief weiter bis zur Kinderstube. Dann führte sie Blattpfote in die hinterste Ecke, wo Amferschweif ruhte. Ihre vier Jungen hatten ihre Schnauzen tief im Bauchfell ihrer Mutter geborgen. Drei Junge schliefen, aber Rußjunges hob den Kopf und öffnete blinzelnd ihre blauen Augen. Sie sah Blattsee so eindringlich an, dass sie den Blick nicht abwenden konnte. »Verstehst du jetzt?«, schnurrte Tüpfelblatt. »Das... Oh, das kann nicht sein!«, flüsterte Blattsee. »Es ist wahr?«, versicherte er Tüpfelblatt. »Vielen Dank, Tüpfelblatt«, hauchte Blattsee. »Aber jetzt müssen wir zurück«, miaute Tüpfelblatt, »und Maulbeerpfote endlich zur Heilerkatze machen.« Rußjunges gähnte und zeigte ihre rosa Zunge und ihre winzigen spitzen Zähne. Dann fielen ihr die Augen wieder zu, und sie kuschelte sich dicht an den Pelz ihrer Mutter. Blattsee konnte den warmen Jungengeruch tief in sich aufnehmen. Dann folgte sie Tüpfelblatt aus der Kinderstube. »Leb wohl, Rußpelz«, dachte sie, während die Dornenranken hinter ihr zusammenfielen. Maulbeerpfote lag immer noch schlafend am Wasser. Tüpfelblatt trat zu ihr und blies ihr sacht ins Ohr. Blinzelnd erwachte die Schülerin, hob den Kopf und sah die ehemalige Heilerkatze an. »Du bist eine Sternenklankriegerin, nicht wahr?« miaute sie. »Ja, das bin ich, meine Kleine. Mein Name ist Tüpfelblatt und hier ist deine Freundin Blattsee.« Maulbeerpfote erhob sich taumelnd auf die Pfoten. »Hallo, Blattsee! Ist Mottenflügel bei dir?« fügte sie hinzu und blickte sich um. »Nein, in diesem Traum wirst du ihr nicht begegnen. antwortete Tüpfelblatt. »Wo sind wir? Was tun wir hier?« fragte Maulbeerpfote. »Wir sind hier, weil wir ein Zeichen des Sternenklans mit dir teilen wollen. Bist du bereit?« Maulbeerpfotes Augen strahlten. »Ja!« »Wohin deine Pfoten dich auch tragen mögen, du wirst nie allein sein,« erklärte er Tüpfelblatt. Sie bedeutete Maulbeerpfote mit der Schwanzspitze aus dem See zu trinken. »Was siehst du?« fragte Tüpfelblatt. Auf der glatten Wasseroberfläche spiegelten sich die Sterne. Dann wurde ihr Licht allmählich immer matter, und Blattsee sah graue Wolken, die sich unten im Wasser zusammenballten. Ein heftiger kalter Wind kam auf, rüttelte an den Bäumen und wirbelte Schaumkronen über den See. Er zauste Blattsees Pelz, bis sie ihre Krallen tief in die Erde bohrte, um nicht fortgeweht zu werden. Maulbeerpfote jaulte neben ihr erschrocken auf. »Fürchte dich nicht!« Tüpfelblatt's Miauen übertönte das Rauschen des Windes. »Hier wird dir nichts geschehen!« Blattsee knifft die Augen fest zusammen. Der Wind wehte immer stärker, und sie meinte, ihr würden die Krallen aus der Erde gerissen. Doch dann wachte sie auf und lag mit immer noch klopfendem Herzen am Ufer des Mondsees. Über ihr zog der Mond an einem klaren Himmel seine Bahn, und kein Lüftchen störte die glatte Wasserfläche. Maulbeerpfote hockte mit geschlossenen Augen am Wasserrand. Ihr Atem ging leicht und flach. In einiger Entfernung wandelten Kleinwolke und Rindengesicht immer noch in ihren Träumen. Mottenflügel saß an Maulbeerpfotes Seite und starrte gebannt auf die Wasseroberfläche. Sie sah gequält aus und Blattsee meinte, das Herz müsse ihr vom Mitleid zerspringen. Mottenflügel, miaute sie leise und vergaß ihre Vision von dem Sturm. Mottenflügel drehte den Kopf und sah sie an. »Ich habe schreckliche Angst«, flüsterte sie. »Glaubst du, sie wird die richtige Art von Traum haben?« »Wie soll sie heiler Katze werden, wenn ihre Mentorin nicht an den Sternenklang glaubt?« Blattsee stand auf und ging um die schlafende Schülerin herum zu ihrer Freundin, schmiegte sich an sie und leckte ihr das Ohr, um sie zu trösten. »Tüpfelblatt war bei ihr«, versicherte sie Mottenflügel. »Und ich auch.« Blattsee presste sie fest an sich und hätte ihr gern mit der Zuversicht ihres eigenen Glaubens Halt gegeben. »Wirst schon sehen.« »Es wird alles gut.« Mottenflügel rückte von ihr weg. »Nein, nein, das kann nicht sein.« »Ach, Blattsee, ich kann nicht mehr länger lügen.« »Ich muss es dir erzählen.« Mit weit aufgerissenen Bernsteinaugen sah sie Blattsee an. »Du glaubst, der Sternenklan hätte mich erwählt, aber das stimmt nicht. Der Mottenflügel vor Schmutzfelds Bau war kein Zeichen von ihnen. Habicht Frust hat ihn dorthin gelegt. Aber eins schwöre ich dir, Blattsee. Ich schwöre es dir hoch und heilig, dass ich erst hinterher davon erfahren habe.« Blattsee erwiderte ihren Blick. »Ach, Sternenklan, gib mir die richtigen Worte.« Als Blattsee zögerte, rückte Mottenflügel ein Stück weg. »Was wirst du jetzt tun?« wimmerte sie. »Wirst du es den anderen sagen? Darf ich dann nicht mehr heiler Katze sein?« »Natürlich nicht.« Blattsee schmiegte sich wieder an ihre Freundin und berührte sie mit der Schnauze am Ohr. »Mottenflügel, ich wusste es schon.« Mottenflügel riss die Augen noch weiter auf. »Du wusstest es? Woher?« Tüpfelblatt hat mir ein Zeichen geschickt und außerdem habe ich gehört, was Habichtfrost nach der großen Versammlung zu dir gesagt hat. »Habichtfrost! Er droht mir ständig, mich bei allen Katzen zu verraten, wenn ich nicht tue, was er will. Er hat mich dazu gebracht, bei der großen Versammlung zu lügen. Ich habe diesen Traum nie gehabt. Aber das wusstest du auch nicht, wahr?« Blattsee nickte. »Ich wollte unbedingt heiler Katze werden. Und anfangs habe ich versucht, an den Sternenklan zu glauben. Ich habe es wirklich versucht.« Als mich Schmutzfeld zum Mondstein mitgenommen hat, dachte ich, mir wären Sternenklankrieger im Traum erschienen und hätten mir gezeigt, was im Wald passieren würde. Als ich dann zum Flussklan zurückkam, erzählte mir Habichtfrost, dass er das mit dem Mottenflügel getan hatte. Und da wurde mir klar, dass der Sternenklan nur ein Märchen sein kann und dass alles, was ich gesehen hatte, bloß ein ganz normaler Traum war. Denn wenn es den Sternenklan wirklich gäbe, dann würden sie so etwas Hinterhältiges niemals zulassen und mich auch nicht so quälen. Blattsee strich Mottenflügel mit der Schwanzspitze über die Schulter. »Ist schon gut,« sagte sie leise. »Glaub mir, alles wird gut.« »Wie denn?« protestierte Mottenflügel. »Ich hätte von Anfang an jeder Katze die Wahrheit sagen sollen. Aber ich konnte mich von meinem Traum als Heilerkatze nicht verabschieden. Ich mache das so gern. Und ich will nur meinen Clangefährten helfen. Wenn ich ihnen jetzt sage, was passiert ist, dann verjagen sie mich.« »Du wirst nicht weggehen müssen,« versprach Blattsee. »Von Tüpfelblatt weiß ich, dass der Sternenklan will, dass du hier bleibst und tust, was du immer getan hast. Sie halten dich für eine sehr gute Heilerkatze, die ihren Platz am Mondsee verdient hat.« Ein Herzschlag lang glomm ein Hoffnungsschimmer in Mottenflügels Augen. Dann schüttelte sie den Kopf. »Es ist lieb von dir, dass du das sagst,« seufzte sie. »Wenn du wirklich meinst, ich sollte weitermachen, dann tue ich es. Nur, wie soll ich Maulbeerpfote richtig ausbilden? Ich weiß nicht, was ich ihr vom Sternenklan erzählen soll.« »Aber ich weiß es,« erklärte Blattsee. »Von mir wird sie alles erfahren, was sie über die Kriegerahn wissen muss. Und ich werde sie in ihren Träumen begleiten. Und du zeigst ihr alle Kräuter und erklärst ihr, wofür sie verwendet werden. Sie wird eine hervorragende Schülerin sein.« Mottenflügel hob den Kopf. »Ich werde es versuchen. Ich werde nicht mehr auf Habichtfrost hören. Ich werde ihm sagen, dass ihn keine Katze zum zweiten Anführer ernennen wird, wenn sie erfahren, dass er das Zeichen vom Sternenklan erfunden hat.« »Das ist eine gute Idee,« miaute Blattsee. »Aber nimm dich in Acht.« Maulbeerpfote wachte auf, sprang mit einem Satz auf die Pfoten und kam auf den moosbedeckten Steinen zu ihrer Mentorin gelaufen. »Das war richtig unheimlich, aber ganz toll,« rief sie aus und ergänzte dann leiser. »Schade, dass du nicht dabei warst.« Blattsees Respekt für die Schülerin wuchs. Maulbeerpfote hatte offensichtlich verstanden, dass Mottenflügel sich nicht mit dem Sternenklan traf. »Ich hätte dich wirklich gern begleitet,« antwortete Mottenflügel. »Vielleicht kommst du ein anderes Mal mit,« miaute Maulbeerpfote. »Blattsee, was glaubst du, wie wir das Zeichen deuten müssen?« fragte Maulbeerpfote ängstlich. »Sturmwolken! Glaubst du, unseren Clans steht Ärger bevor?« Mit einem Seitenblick auf Rindengesicht und kleinen Wolke versicherte sich Blattsee, dass die beiden nichts gehört hatten, und legte Maulbeerpfote schnell den Schwanz über die Schnauze. »Heilerkatzen sprechen nicht über ihre Zeichen,« erklärte sie. »Es sei denn, sie wollen ihren Clans die Bedeutung erklären.« »Ja.« »Ich glaube, dass Schwierigkeiten auftauchen werden,« fügte sie hinzu. »Aber vielleicht ist es besser, noch keiner Katze etwas davon zu erzählen.« Als Blattsee die Senke auf dem gewundenen Pfad verließ, schickte sie dem Sternenklein ein stilles Dankesgebet, weil Mottenflügel das Vertrauen aufgebracht hatte, ihr von Habicht Frosts falschen Zeichen zu erzählen. Brombergkalle stand auf der Lichtung und sah den Jagdpatrouillern nach, die gerade im Dornentunnel verschwanden, ein fahler, blassblauer Himmel hing über den Bäumen und versprach einen warmen Tag. Bald würde die Sonne aufgehen. Der getigerte Kater sah sich prüfend um, ob er auch keine seiner Pflichten vergessen hatte. Hinter ihm raschelten die Zweige am Bau der Krieger. Er drehte sich um und sah Aschenpelz herausschlüpfen. Brombergkalle trottete zu ihm hinüber. Weißpfote begleitete ihren Mentor Farnpelz bei einer Jagdpatrouille, so dass die Schüler heute nicht zusammen trainieren würden. Wo ist Birkenpfote? fragte er. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit für eine Trainingsstunde. Aschenpelz knifft die Augen zusammen. Ich kann meinen Schüler selbst ausbilden, miaute er. Ich werde ihm heute eine Prüfungsaufgabe stellen. Ja, das ist gut, antwortete Brombergkalle. Erinnere ihn noch einmal an die Fuchsfallen, nur zur Sicherheit. Ohne zu antworten, stolzierte Aschenpelz Richtung Schülerbau davon. Birkenpfote trat heraus, als sein Mentor ihn rief und lauschte seinen Instruktionen. Schließlich hüpfte Birkenpfote mit steil aufgerichtetem Schwanz davon. Aschenpelz warf Brombergkalle noch einen bösen Seitenblick zu, dann folgte er seinem Schüler. Brombergkalle sagte sich, dass er etwas taktvoller hätte vorgehen können, allerdings würde er Aschenpelz, wenn er sein Verhalten nicht änderte, irgendwann zum Mäusegalle-Sammeln für die Zecken der Ältesten einteilen. Plötzlich erstarrte Brombergkalle. Er war so sehr in seine Pflichten als zweiter Anführer vertieft gewesen, dass er sein Treffen mit Habichtfrost fast vergessen hätte. Sonnenaufgang stand unmittelbar bevor. Er würde zu spät kommen. Er wollte sich gerade zum Dornentunnel aufmachen, als er Eichhörnschweifstimme hinter seinem Rücken hörte. »Hallo, Brombergkalle! Wo gehst du hin?« Eichhörnschweif war zu keiner der früheren Patrouillen eingeteilt worden. Sie würde nicht verstehen, warum er keine Zeit für sie hatte, obwohl er selbst auch keine Patrouille begleitete. »Wo willst du hin?« fragte sie noch einmal. »Jagen?« »Wir könnten zusammen gehen!« »Äh, ich muss erst...« hob Brombergkalle zögernd an. Er brach ab, als Minkas drei Junge mit Bärenjunges an der Spitze über die Lichtung geflitzt kamen und hinter dem Brombergranken vor Blatzees Bau verschwanden. »Das sind vielleicht drei Bauken!« rief Eichhörnschweif. »Ich gehe lieber nachsehen, ob Blatzee da ist!« und eilte davon. Mit einem stillen Dankesgebet zum Sternenklan schlüpfte Brombergkalle durch den Tunnel und rannte so schnell er konnte durch den Wald zum See. Am Waldrand hielt er inne. Ein paar Schwanzlängen entfernt hörte er leise Wasserschwappen und sah den See zwischen den Fahnen hindurchschimmern. Er öffnete das Maul und prüfte die Luft. Er glaubte, Flussklangeruch zu erkennen und überraschenderweise auch eine Spur vom Schattenklan sah seinen Halbbruder aber nicht. »Hab ich Frost?« rief er leise. Keine Antwort. Brombergkalle entdeckte eine Fuchslänge vor sich, eine Drossel, die einen Wurm aus der Erde zog. Sie erinnerte ihn daran, dass er an diesem Morgen noch nichts gegessen hatte, also ließ er sich instinktiv ins Jagdkauern sinken. Genau in diesem Moment landete etwas Schweres auf seinem Rücken und brachte ihn zu Fall. Er jaulte erschrocken auf, worauf die Drossel laut schimpfend davonflog. Brombergkalle wirbelte zu seinem Angreifer herum und starrte Habicht Frost ins Gesicht, der mit spöttisch funkelnden, eisblauen Augen auf ihn herab sah. »Was soll das denn?« fauchte Brombergkalle. »Willst du unbedingt jede Katze im Wald wissen lassen, dass du hier bist?« Habicht Frost machte ein gleichgültiges Gesicht. »Ist doch egal.« »Ich darf mich hier aufhalten, solange ich mich nicht vom Ufer entferne.« Brombergkalle kam auf die Pfoten und leckte sich den zerzausten Pelz. »Komm ins Fahnenkraut«, miaute er und winkte Habicht Frost mit der Schwanzspitze herbei. Als sie dicht nebeneinander zwischen den Fahnenbedeln saßen, fing Brombergkalle wieder den Geroch nach Schattenklan auf. Er rümpfte die Nase. »Du riechst nach Schattenklan«, sagte er. Habicht Frost kniff die Augen zusammen. »Ich muss ihren Gestank auf dem Weg durch ihr Territorium abgekriegt haben,« knurrte er. Brombergkalle nickte und holte Tiefluft. Er hoffte, die richtigen Worte zu finden, um Habicht Frost von seinen Zweifeln an Tigersterns Visionen zu überzeugen, ohne den Eindruck zu erwecken, ihm sei weniger daran gelegen, Anführer seines Clans zu werden. »Diese Idee von Tigerstern. Wir sollten den Schattenklan und den Windklan übernehmen,« hob er an. »Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Schließlich will der Sternenklan, dass es vier Clans gibt.« Sein Halbbruder schnippte mit der Schwanzspitze. »Wie Tigerstern schon gesagt hat, das war damals im alten Wald. Denk nach, Brombergkalle. Der Schattenklan ist schon immer lästig gewesen. Mennst du nicht auch, dass es uns allen besser gehen würde, wenn endlich Ruhe einkehrte unter einem Anführer, der dafür sorgt, dass sie das Gesetz der Krieger einhalten? Und findest du nicht auch, dass du einen besseren Anführer abgehen würdest als Kurzstern? Wir beide zusammen könnten dafür sorgen, dass jede Katze im Wald stark und glücklich ist. Keine Kriege mehr, kein Gerangel um Territorien. Naja, kann schon sein. Gegen das Zukunftsbild, das Habichtfrost vor ihm aufzeichnete, wusste Brombergkalle nichts zu sagen. Er dachte an die Schattenklan-Krieger, die sich nicht um Bärenjunges gekümmert hatten, als es in der Fuchsfalle saß und um Hilfe schrie. Wenn ich das sagen hätte, dachte er, würde keine Katze jemals tatenlos zusehen, wie ein Junges Schmerzen leidet, unabhängig davon, wo das Junge hingehört. Er war um das Wohl jeder Katze im Wald besorgt, aber an allererster Stelle wollte er das Beste für den Donnerklan. Aber ein leiser Schrei unterbrach ihn. Was war das? Habichtfrost rührte sich nicht. Da wird wohl eine Beute Pech gehabt haben. Der Schrei wiederholte sich. Nein, rief Brombergkalle. Das ist eine Katze in Not. Komm mit. Er tauchte unter den Fahnenwedeln hindurch und schoss am Ufer entlang dem Schrei nach. Er hörte ihn noch einmal, näher aber schwächer. Ein entsetzlich erstickten Schrei. Brombergkalle setzte über die Wurzeln eines Baumes hinweg und sah sich Feuerstern gegenüber. Der Anführer des Donnerklans lag auf der Seite neben einem schmalen Pfad zwischen dichten Fahnenwedeln. Seine Beine zuckten wild und sein starrer Blick ging ins Leere. Schaum klebte an seiner Schnauze, um seinen Hals in seinem flammendroten Pilz kaum zu sehen, lag eine dünne, glänzende Ranke, die zu einem Stock in der Erde führte. Feuerstern war in eine Fuchsfalle geraten. Brombergkalle setzte zum Sprung an, um ihm zu helfen, wurde aber von Habicht Frosts mächtiger Schulter beiseite gestoßen. Mäusehirn, fauchte der Flussklankrieger. Das ist eine Chance, Brombergkalle. Du bist jetzt zweiter Anführer. Wenn Feuerstern stirbt, wirst du den Klan führen. Brombergkalle starrte ihn erstaunt an. Was meinte er nur damit? Dann hörte er, dass Feuerstern etwas sagen wollte. Birkenpfote hat ausgerichtet. Schwarzstern wartet in unserem Territorium, sollte allein hingehen. Mit einem triumphierenden Funkeln in den Augen trottete Habicht Frosts zu Feuerstern und beugte sich vor. Schwarzstern ist aber nicht hier. Wir sind hier. Du bist ein Narrfeuerstern. Es war ganz einfach, dir eine Falle zu stellen, flüsterte er ihm ins Ohr. Brombergkalle spürte, wie der Boden unter seinen Pfoten schwankte. Du hast das getan, fauchte er seinen Halbbruder an. Du hast Feuerstern hierher gelockt, wo eine Fuchsfalle auf ihn wartete. Ganz genau, sagte Habicht Frost spöttisch. Ich habe es für dich getan. Mit bebenden Flanken rang Feuerstern nach Luft. Sein Blick flackerte von Habicht Frost zu Brombergkalle und wieder zurück. Der tapfere Anführer des Donnerclans, höhnte er. Nicht mehr viel los mit deiner Macht, nicht wahr? Auf jetzt, Brombergkalle, mach ihm ein Ende. Brombergkalle war, als würden seine Pfoten an der nackten Erde festfrieren. Jedes Haie in seinem Pelz sträubte sich, als er Tigersterns Stimme in sein Ohr flüstern hörte. Töte ihn. Keine Katze wird es erfahren. Du kannst Anführer werden. Du kannst alles erreichen, was du dir immer gewünscht hast. Er schwankte, als Habichtforst ihm mit wütend peitschendem Schwanz einen heftigen Stoß versetzte. Worauf wartest du noch? Das ist es doch, was wir immer wollten. Hast du das vergessen? Töte ihn jetzt! Sie sie entwickeln sich prächtig, miaute Blatzi und trat einen Schritt von Amt verschweif Jungen zurück. Du kannst wirklich stolz auf sie sein. Ich weiß und ich bin wirklich froh, dass du hier bist, Blatzi. Blatzi schloss für einen Moment die Augen und versuchte, sich das Gefühl in Erinnerung zu rufen, dass sie bewogen hatte, ihren Clan zu verlassen. Wie einen Schatten hatte sie es in ihrem Herzen bewahrt, aber jetzt kam es hervor und schaffte sich Raum. Sie wollte es zurückdrängen, doch ihre dunklen Gefühle wurden mächtiger und mächtiger. Schuld verwandelte sich in eine Vision von Blut und Schreien, in der die sanften Laute von Amtverschweifs Jungen und der warme milchige Duft der Kinderstube untergingen. Etwas Entsetzliches geschieht. Ach, Sternenklar, was kann das nur sein? Sie stolperte nach draußen auf die Lichtung, ohne Amtverschweifs erschreckten Ausruf hinter sich zu bemerken. Draußen im Freien sah sie, dass im Lager alles still und friedlich war. Trotzdem wusste Blatzee, dass irgendetwas Entsetzliches geschehen würde, wenn nicht hier, dann draußen im Wald. Sie raste über die Lichtung, ohne auf Wolkenschweif und Lichtherz beim Frischbeutehaufen zu achten, die ihr verwundert nachsahen. Als sie aus dem Dornentunnel stürmte, prallte sie beinahe mit Eichhörnschweif zusammen. Hey, rief ihre Schwester, nur langsam, was ist denn los? Irgendetwas Grauenhaftes, keuchte Blatzee, Dachse, Zweibeiner, ich weiß es nicht, ist dir irgendwas aufgefallen? Nein, Eichhörnschweif legte ihrer Schwester beruhigend den Schwanz um die Schultern. Alles in Ordnung, ich war bloß gerade auf der Suche nach Brombeerkralle, dieser nervige Fellball ist ohne mich losgezogen, ich wollte seiner Geruchsspur folgen, hab sie aber verloren. Nein, es ist ganz und gar nicht alles in Ordnung, der Donnerclan ist in großer Gefahr, kommst du mit? Natürlich, aber wohin? Ich weiß es nicht. Blatzee Stimme wurde lauter, ach Sternenclan, zeig mir den Weg. Sie hatte kaum zu Ende gesprochen, als sie hörte, wie eine Katze durch das Unterholz stürzte. Farnwedel bebten, dann kam Aschenpelz, mit angstgeweiteten Augen und gesträubtem Pelz, aus dem Dornentunnel geschossen. Blatzee, keuchte er, es ist Feuerstern, gefangen in einer Fuchsfalle. Wo? Warum hast du ihn nicht befreit? fragte Eichhonschweif, und ihre grünen Augen funkelten ihn wütend an. Weil er, Brombeerkralle ist auch da. Aschenpelz schnappte nach Luft. Und Habichtfrost ist bei ihm. Eine Flussklankkatze in unserem Territorium. Ich konnte es nicht mit beiden gleichzeitig aufnehmen. Ich musste Hilfe holen. Er deutete mit der Schwanzspitze Richtung See. Da lang! Schnell! Wie gebannt starrte Brombeerkralle auf seinen Anführer hinab. Noch immer konnte er sich nicht rühren. Wenn er die Schlinge um Feuersterns Hals nur ein bisschen fester zog, würde sein Anführer alle übrigen sechs Leben auf einmal verlieren. Sein Blick begegnete dem von Feuerstern, der hilflos vor ihm am Boden lag. Aber da war kein Flehen in den grünen Augen, nur die leidenschaftliche stolze Frage, Was wirst du tun, Brombeerkralle? Du hast die Wahl. Brombeerkralle dachte daran, wie viele Male sich Feuerstern und Tigerstern gegenübergestanden ihre Clans anstrebten. Aber Feuerstern hatte gegen Tigerstern nie bis in den Tod kämpfen müssen. Diesmal sah es so aus, als würde Tigerstern gewinnen. Brombeerkralle spürte den Geist seines Vaters dichter an seiner Seite, der ihn bedrängte. Na, töte ihn jetzt! Brombeerkralle schloss die Augen. Sechs Leben, flüsterte er. Sechs Leben standen zwischen ihm und seiner Ernennung zum Anführer des Donnerclans. So ist es, fauchte Habicht Frust. Dies ist eine Chance, dich an Feuerstern für den Tod unseres Vaters zu rächen. Rache? Brombeerkralle riss seine Augen von Feuerstern los und starrte seinen Halbbruder an. Hier ging es nicht um Rache. Er wusste sehr gut, dass Tigerstern ganz freiwillig seine Pfoten auf den Pfad gesetzt hatte, der zu seinen gewalttätigen Tod geführt hatte. Nichts wünsche ich mir mehr als Anführer meines Clans zu werden, dachte er, aber nicht so. Seine Loyalität galt galt schickte und schickte und so sehr vertraute, dass er ihn zum zweiten Anführer ernannte. Nein, miaute er habicht vor's zu, wobei er verwundert bemerkte, wie stark und unerschütterlich seine Stimme klang. Ich werde es nicht tun. Mit einem Satz sprang er an Feuersterns Seite und begann, wild in der Erde zu graben, um den Stock zu lockern, der die Ranke um den Hals seines Anführers zuzog. Nicht bewegen, Feuerstern, keuchte er, während die Erdbrocken flogen. Noch einen Herzschlag, dann habe ich dich befreit. Lautes Protestgeheul dröhnte in seinen Ohren. Ob es Habichtfrost war oder Tigersterns rachsüchtiger Geist, konnte er nicht sagen. Habichtfrost stürzte sich auf ihn, rammte ihn von der Seite, warf ihn um und begrub ihn unter sich, seine eisblauen Augen blitzten Brombeerkralle wütend an. Feigling, knurrte er, geh weg, wenn es sein muss, dann töte ich ihn eben selbst. Niemals! Brombeerkralle trat Habichtfrost mit den Hinterpfoten so fest er konnte in den Bauch und schleuderte ihn von sich. Während sich sein Halbbruder am Boden wand, sprang Brombeerkralle zu dem Stock und packte ihn mit den Zähnen. Seine vorherigen Bemühungen jetzt kam er frei und die Ranke um Feuersterns Hals löste sich. Er hörte, wie sein Anführer einen tiefen Atemzug tat. Wütendes Knurren hinter sich ließ ihn gerade noch rechtzeitig herumwirbeln, während Habichtfrost ihn erneut angriff. Brombeerkralle ließ den Stock fallen und wich zur Seite aus. Mit einem Satz sprang er wieder herum und sah eine kalte Flamme in den eisblauen Augen der Flussklangkatze lodern. Verräter, fauchte Habichtfrost, wie kannst du nur alle Pläne verraten, die unser Vater für uns gemacht hat? Du warst nie stark genug, um so zu sein wie er. Ich will gar nicht so sein wie er, konterte Brombeerkralle. Dann bist du ein Narr, höhnte Habichtfrost. Und noch dazu dumm, du hast gar nicht gemerkt, dass dies hier ein Test war. Es war Tigersterns Idee. Er meinte, wenn du wirklich wert wärst, an die Macht zu kommen, würdest sogar meinen Anführer töten? Vor allem das! Aber du bist genauso schwach, wie Tigerstern befürchtet hat. Wir haben große Pläne für den Wald, er und ich, und du hättest daran teilhaben können. Aber wir schaffen es auch ohne dich. Brombeerkralle verstand genau, was sein Halbbruder damit sagen wollte. Er wusste zu viel. Habichtfrost konnte weder Feuerstern noch ihn am Leben lassen. Er trat einen Schritt auf Habichtfrost zu. Geh zum Flussklan zurück. Du bist mein Bruder. Ich will dir nichts tun. Weil du schwach bist, höhnte Habichtfrost. Er stürzte sich erneut auf Brombeerkralle, warf ihn von den Pfoten und hielt ihn am Boden fest. Seine eisblauen Augen blitzten dicht vor Brombeerkralles Gesicht. Scharfe Krallen braten sich tief in seinen Pelz und scharfe Zähne schnappten nach seiner Kehle. Mit aller Kraft und nur einen Herzschlag von seinem Tod entfernt holte Brombeerkralle mit den Hinterläufen nach Habichtfrosts Bauch aus. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere und spürte dabei den Stock von der Fuchsfalle zur Hälfte unter seiner Schulter liegen, reckte den Hals und schaffte es, ihn mit den Zähnen zu packen. Als Habichtfrost sich auf ihn stürzte, warf er den Stock herum und spürte, wie er sich mit seinem spitzen Ende tief in Habichtfrosts Hals bohrte. Mit einem unheimlichen gurgelnden Laut erstarrte Habichtfrost. Dann sank er schlaff und schwer auf Brombeerkralles Brust nieder. Voller Entsetzen kämpfte sich Brombeerkralle unter dem Körper seines Halbbruders hervor und ließ den Stock los. Aus einer zerfetzten Wunde in Habichtfrosts Kehle sprudelte leuchtend rotes Blut heraus auf den Boden und breitete sich schneller und immer schneller Richtung Seeufer aus. Habichtfrost, keuchte Brombeerkralle, ich, das habe ich nicht gewollt. Wundersamerweise konnte sich Habichtfrost auf die Pfoten stemmen und kam auf ihn zugetorkelt. Du nah, keuchte er und das Blut sprudelte noch schneller aus seiner furchterregenden Wunde. Glaubst du, ich hätte mir das allein ausgedacht? Glaubst du, du wärst in deinem eigenen Clan, in Sicherheit? Er hustete, spuckte Blut und fügte dann hinzu, denk darüber nach. Was? Brombeerkralle trat einen Schritt näher und seine Pfoten traten in die rote Lache. Wollte Habichtfrost einen Donnerklankrieger beschuldigen, der Feuerstern diese Falle gestellt haben sollte? Was meinst du damit? Sag es mir, Habichtfrost! Wen meinst du damit? Aber das kalte Feuer in Habichtfrosts Augen erlosch. Er warnte sich von Brombeerkralle ab, taumelte ein paar Schritte weiter weiter und brach am Seeufer zusammen, wo er mit den Hinterläufen im Wasser liegen blieb. Winzige Wellen schwappten über seinen Körper und sein Blut breitete sich aus wie eine scharlachrote Wolke. Brombeerkralle starrte entsetzt auf ihn hinab. Da war noch so vieles, dass er wissen musste. Aber Habichtfrost war tot. Ein Moment lang halte die Stimme seines Bruders leise in seinen Ohren. Wir sehen uns wieder, mein Bruder. Es ist noch nicht vorbei. Brombeerkralle Feuerstern lag noch immer auf der Seite und Blut aus seiner Halswunde bedeckte seinen Pelz. Obwohl er sehr schwach war, sah er Brombeerkralle unverwandt in die Augen. Feuerstern Brombeerkralle brach ab. Es gab nichts, was er hätte sagen können. Feuerstern hatte mit angesehen, wie sein eigener zweiter Anführer gegen die Versuchung angekämpft hatte, ihn zu töten. Er würde ihm nie wieder vertrauen können. Niemals könnte er nun weiterhin zweiter Anführer bleiben. Brombeerkralle, das hast du gut gemacht. Brombeerkralle blickte auf und sah seinen Anführer verwundert an. Dein Weg war schwer, schwerer als bei den meisten Katzen, krächzte Feuerstern, aber hier hast du einen großen Kampf geführt und hast gesiegt. Du bist ein würdiger zweiter Anführer für den Donner klar. Erschöpft ließ er den Kopf sinken und schloss die Augen. Brombeerkralle stand da und blickte auf ihn hinab An seinen Pfoten klebte noch immer das Blut seines Halbbruders Hier habe ich gesiegt, dachte er Aber was wird mein Vater mir jetzt antun? Reich und Schweif schlug mit dem Schwanz Geh ins Lager, befahl sie Aschenpelz Du musst mehr Hilfe holen Sie hatte noch nicht zu Ende gesprochen Als Platzi bereits durch das Unterholz rannte Ohne sich um die Brombeerranken zu kümmern, die sich in ihrem Pelz verhakten Reich und Schweif jagte ihr nach Schulter an Schulter setzten sie ihren Weg fort Keine von beiden sagte etwas Aschenpelz' Angstgeruch hatte eine kräftige Spur hinterlassen Die ihnen die Richtung wies Platzi's Magen hob sich Jetzt verstand sie, vor welcher Gefahr sie mit ihrer Vorahnung In der Kinderstube gewarnt worden war Ihr Misstrauen gegen Brombeerkralle rollte wie eine gewaltige Woge auf sie zu und drohte sie davon zu tragen Der getigerte Krieger war stark und mutig Aber Tigersterns unheilvollem Einfluss würde er sich kaum widersetzen können Bevor der See in Sicht kam, wehte ihr bereits Katzengeruch und der viel stärkere Gestank nach frischem Blut entgegen Sie kam jetzt ganz nah beim Ufer zum Halt Vor ihr lag Feuerstern auf der Seite und rührte sich nicht Brombeerkralle stand über ihm Seine Pfoten blutüberströmend Ich hatte recht Brombeerkralle ist ein Verräter Er hat meinen Vater getötet, damit er Anführer werden kann Bevor sie etwas sagen konnte, bewegte sich Feuerstern und schlug die Augen auf Platzi, flüsterte er Alles ist gut Habichtforst hat mir eine Falle gestellt Aber Brombeerkralle hat ihn getötet Er zog ein Vorderbein zur Seite, unter dem die zerstörte Fuchsfalle zum Vorschein kam Als Platzi näher hinsah, entdeckte sie, dass sein Hals zwar üble Schrammen abbekommen hatte, die aber nicht stark bluteten Das Blut am Brombeerkralles Pfoten stammte nicht von ihrem Vater Eich und Schweif stürzte am Platzi vorbei, kauerte an der anderen Seite ihres Vaters nieder, um ihn von den Ohren bis zur Schwanzspitze zu beschnuppern Danke dir, Brombeerkralle Du hast ihm das Leben gerettet Brombeerkralle blinzelte, als hätte er sie eben erst bemerkt Jede andere Katze hätte das Gleiche getan Platzi ging an ihrem Vater vorbei und fühlte das Blut feucht und klebrig zwischen ihren Zehen aufquellen Wo kommt das viele Blut bloß her? Eine Spur führte durch den Farn zum Seeufer Wo zertretene Wedel am Boden klebten Blut getränkt Am Ende der Spur sah Platzi Habichtfrosts getigerten Körper reglos im seichten Wasser liegen Aus einer Wunde an seiner Kehle lief noch immer Blut in den See Breitete sich dort wie eine Wolke aus und schwamm als leuchtend roter Fleck auf der Wasseroberfläche Wellen schwappten träge ans Ufer und färbten den Kies rot Blut wird Blut vergießen und Rot in den See fließen Erst dann kehrt Frieden ein Flüsterte sie Endlich verstand Platzi Brombeerkralle und Habichtfrost waren Brüder Blut hatte Blut vergossen Brombeerkralle hatte seinen Halbbruder getötet, um Feuerstern zu retten Mit Habichtfrost hatte sie recht gehabt Er war zu ehrgeizig, seinem Vater Tigerstern zu ähnlich Aber sie hätte nie gedacht, dass Brombeerkralle die Katze sein würde, die ihm ein Ende setzte Lange Zeit hatte die Prophezeiung sie in ihren Pfotenspuren verfolgt Nun war sie endlich erfüllt Jetzt konnten die Clans dem versprochenen Frieden entgegensehen Und da Habichtfrost jetzt tot war, konnte er Mottenflügel mit seinen Kontrollversuchen nicht mehr ängstigen Das Geheimnis um das Mottenflügelzeichen würde für immer gewahrt bleiben Platzi wandte sich von Habichtfrosts Leiche ab und kehrte zu ihrem Vater und Eichhornschweif zurück Auf Eichhornschweifs Schulter gestützt, war es Feuerstern gelungen, sich aufzusetzen Brombeerkralle stand schweigend und noch immer wie gelähmt vor Schreck neben ihnen Er hatte noch nicht einmal versucht, seine Pfoten von Habichtfrosts Blut zu reinigen Es ist vorbei, sagte Platzi leise zu ihm Sie straffte die Schultern und hielt ihr Gesicht der aufgehenden Sonne entgegen Es ist vorbei Und Frieden ist eingekehrt